einmal dünner zehn minuten wie lange brauche ich mit auto zehn minuten ich ziehe kreis das wurde alles schon gemacht deswegen ich sag gar nichts mehr weil es wichser da draußen gibt liegt meine adresse spandauerstraße 16 so eine blöde oh mann jetzt habe ich es doch glatt gesagt ich würde sagen wir hören mit beichen auf oder da ist nur scheiße noch und wir haben genug